Was sind die häufigsten Ursachen für leichte Brustschmerzen? Einige der häufigsten Ursachen für leichte Schmerzen in der Brust sind Sodbrennen, Angstzustände und Schmerzen in der Brustwand. Andere umfassen ein direktes Trauma im Brustbereich, einen gezogenen Muskel, Magengeschwüre und Asthma. Einige potentiell gefährlichere Ursachen für Brustschmerzen sind Herzinfarkt oder Angina pectoris. Brustschmerzen sind keine Diagnose an sich, es ist ein Symptom, ein Zustand oder eine Erkrankung, weshalb empfohlen wird, dass ein Patient selbst bei leichten Schmerzen einen Arzt aufsucht. Sodbrennen ist eine der häufigsten Ursachen für leichte Brustschmerzen. Es tritt auf, wenn Magensäure in Richtung des Rachens der Person gedrückt wird. Dies kann ein brennendes Gefühl und Schmerzen im Bauch oder in der Brust verursachen. Normalerweise verschwindet Sodbrennen ohne Behandlung, manchmal sind jedoch Medikamente erforderlich. Gutartige Schmerzen in der Brustwand sind eine weitere häufige Ursache für leichte Schmerzen in der Brust und in der Regel harmlos. Dieser Zustand tritt häufig bei jungen Patienten auf und ist nicht gut verstanden. Es kann jedoch zu einer starken Belastung des Patienten führen, wenn die Diagnose nicht richtig gestellt wird. Zu den Symptomen dieses Zustands gehören auffällige Schmerzen, die häufig beim Atmen auftreten. Wenn der Brustbereich ein Trauma erleidet, zb ein starker Schlag, kann dies ebenfalls Schmerzen verursachen. Manchmal wird dieser Schmerz durch eine gebrochene Rippe oder einen gequetschten Muskel verursacht. Es ist auch möglich, einen Muskel in der Brust zu ziehen, was je nach Schweregrad zu stumpfen oder starken Schmerzen führen kann. Normalerweise sind die Schmerzen eines Traumas in einem bestimmten Bereich lokalisiert. Der Patient weiß möglicherweise nicht immer, dass das Trauma aufgetreten ist. Ein Herzinfarkt ist selten eine Ursache für leichte Schmerzen in der Brust, da ein Anfall in der Regel zu starken Schmerzen führt. Typischerweise fühlt sich der Schmerz an, als würde das Herz oder das umgebende Gewebe zusammengedrückt und nicht auf einen Bereich lokalisiert. Angina pectoris Schmerzen sind oft ähnlich, aber sie werden durch Muskeln im Brustkorb verursacht, die nicht genügend mit Sauerstoff versorgt werden, als durch eine verstopfte Arterie. Die Diagnose der wahren Ursache leichter Brustschmerzen ist nicht immer unkompliziert. Oft werden Tests wie ein Elektrokardiogramm zusammen mit einer gründlichen Untersuchung des Patienten und seiner Anamnese verwendet. Viele Ursachen für Schmerzen in der Brust sind harmlos, aber es gibt einige, die lebensbedrohlich sein können, sodass ein Arzt in der Regel eine vorsichtige Haltung hinsichtlich der Diagnose einnimmt.